Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games und heute habe ich mal eine tolle Neuigkeit am Start, nämlich habe ich eine kleine Spende bekommen von einem Abonnenten und es hat mich natürlich sehr gefreut, nochmal danke an dich und mit dieser Spende habe ich halt den Community TeamSpeak gemietet, also IP ist unten in der Beschreibung, ich kann es dir nochmal sagen, die IP ist ledshadow.de und wir laufen gerade die ganze Zeit herum ohne ein Schwert, was richtig scheiße ist. Also ich hatte ja früher schon ein Community TeamSpeak, aber das Problem war halt da, dass ich, dass da nie Leute drauf waren und deswegen habe ich den irgendwann mal nicht mal abbezahlt und dann ist er irgendwann mal down gegangen, logischerweise. Alles klar Mann, fass mich nicht an! Und wir zocken hier gerade apropos mit einem Skin aus dem Skinpack. Alles klar, den bekommen wir eigentlich mit... Nein, 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 wie macht ihr das neue Hack? Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Jetzt umdrehen und... Nein! Und für die Leute, die sich wundern, warum ich keine Minecraft antworte, das liegt dran, da ich noch einen Chat-Bun habe und für die Leute, die sich nochmal fragen, warum habe ich einen Chat-Bun, das liegt dran, da ich jemanden mit den DDoS gedroht habe im Minecraft. Verdammt! Nein, nein, nein! Du Dreckiger Judensohn! Du Dreckiger Judensohn!